Hallo Fußballfrauen und willkommen zu einem neuen Video und heute am späten Dienstagabend sprechen wir über das Spiel des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon, das fünfte Gruppenspiel und Bayern München steht im Achtelfinale der UEFA Champions League. Sie haben Benfica 5 zu 1 geschlagen, wir gucken uns gemeinsam Bilder von den Highlights der Partien, wir sprechen darüber also keine Videos zu sehen, sondern wirklich Bilder der Partie und ich spreche eben darüber, dass ihr so eine kleine Vorstellungskraft bekommt, worum es überhaupt in dem Spiel so ging. Also die ersten 10 Minuten gehörten ganz klar den Bayern, ohne so richtig fällig zum Abschluss zu kommen, Benfica kam gar nicht wirklich nach vorne, dann gab es in den 10 Minuten schon mal den ersten Abschluss von Arjen Robben, der allerdings am Tor vorbeiging. Dann aber 3 Minuten später fiel dann eben das 1 zu 0 für die Bayern durch Arjen Robben, er dribbelt sich an 3 Verteidigern vorbei, das war eine super Szene von ihm, ein klasse Schuss in linken Winkel und somit führte Bayern 1 zu 0 nach einem wirklich extremst individuell ganz ganz starken Tor. Eine 19. Minute wollte Ribéry dann in den Robben nachmachen, er zieht von außen in die Mitte, zieht ab, aber Flacho Dimos hat ihn dann ohne die größeren Probleme gehalten, also da hat man auf jeden Fall schon gemerkt, Bayern wirklich gut drin in der Partie, machen sie defensiv wie offensiv wirklich gut. Auch dann ein paar Minuten später in der 23. Minute ein Ballgewinn von Leon Goretzka, dann geht es ganz schnell nach vorne, Lewandowski mit dem Schuss und Flacho Dimos, ehemaliger Stuttgart-Keeper im Tor bei Benfica, kann den so gerade noch über die Latte lenken. Dann kommt nochmal Benfica so ein bisschen besser ins Spiel hinein, sie haben es sehr sehr viel mit langen Bällen probiert, die kamen dann auch oftmals ganz lang nach vorne, Neuer hat dann eben mehrmals als Libro oder in Libro-Manier agiert und war zur Stelle, sodass Benfica wirklich nicht gefährlich vor das Tor des FC Bayernmännchen kommen konnte. Dann in der 30. Minute fiel das erlösende 2 zu 0 und es war wieder Arjen Robben, es war ein Konter von Bayern nach einem Befreiungsschlag, einfach mal den Ball hinten raus gehämert, Robben macht es ganz stark, alleine da war Lewandowski schon ein bisschen angezickt, dass es Robben allein gemacht hat, aber er war halt wirklich stark, er hat es sehr sehr stark gemacht, er zieht wieder in die Mitte und knallt ihn dann ins rechte Toreck. Und das war auch wieder ein klasse Tor von Robben, individuell auch wieder sehr sehr stark. In der 35. Minute dann Robben zieht wieder in die Mitte, flankt aber diesmal auf Thomas Müller und der köpft aufs Tor und Flachro Dimos kann so gerade auch zur Ecke klären. Die Ecke wird dann kurz ausgeführt, die Flanke kommt in die Mitte auf Robert Lewandowski und der setzt sich gegen zwei Verteidiger durch und köpft ein zum 3 zu 0 für den FC Bayern München. Dann in der 44. Minute gab es nochmal einen Schuss von Almeida, der knapp am Tor rechts vorbei ging, aber mehr kam von Benfica nicht und dann war eben Pause, eine hochverdiente Pausenführung, 3 zu 0 ging auch in der Höhe, komplett in Ordnung, eine stabile, defensive und offensiv hat es Bayern wirklich auch sehr sehr stark gemacht. Dann ging es weiter in die zweite Hälfte und der Durchgang war nichtmals 46 Minuten alt, da stand es auf einmal 1 zu 3 durch Jetson, Fernandes, Jonas mit dem Pass auf Jetson und der setzt sich da durch, Goretzka kommt nicht mit und Boateng hat ins leere Gerät. Und dann auf einmal wieder so ein bisschen Angst da, dass Bayern in alte Gefilde zurückfällt, wie es in den letzten Spielen oft der Fall war, nach Führung und dann eben der Gegentreffer 1 zu 3. Aber dann die schnelle Antwort der München, da kam direkt Ribéry, marschiert alleine durch die Abwehr und scheitert dann an Flachdruck Dimos, aber da hat man auch schon gemerkt. Ja, Bayern macht jetzt hier auf jeden Fall wieder weiter, macht Druck und dann in der 50. Minute kam eine Ecke von Kimmich an den 5 Meter Raum und fast genauso wie es 3 zu 0 Robert Lewandowski köpft hier 1 zu 4 zu 1. Dann nach diesem 4 zu 1 war eigentlich jedem klar, Bayern wird das Ding gewinnen, Benfica hat ja einfach viel zu wenig Chancen, die Klasse ist einfach wirklich zu merken, dass die eben deutlich geringer ist. Bei Benfica Lissabon dann ging 20 Minuten eigentlich gar nichts bis zur 70. Minute, da kam dann nochmal ein Distanzschuss vor Leon Goretzka, den Flachdruck Dimos aber abwehren kann und dann als Schlusspunkt der Partie eine Viertelstunde vor Ende der 76. Minute Ribéry mit dem 5 zu 1. Alaba pumpt sich sehr, sehr stark auf der linken Außenbahn durch. Müller schiebt ihn so ein bisschen in die Gegenspieler weg, macht somit Raum für Ribéry und der schiebt dann zum 5 zu 1 ein. Und das war dann auch der Endstand Bayern, also mit einem verdienten Sieger, ein wirklich starkes Spieler in München. Man wird sehen, ob sie das in der Bundesliga mitnehmen können, ob sie da auch wieder stärker spielen können als zuletzt. Heute haben sie gezeigt, was sie offensiv drauf haben, auch defensiv war das eine wirklich ansprechende und gute Leistung. Also mit so einer Leistung haben sie sicherlich auch in der Bundesliga die Chance, endlich wieder 3 Punkte einzusammeln. Deine Meinung zum Spiel ist gerne gefragt, schreib sie gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.